Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Rocket League hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Krüschi. Moin moin. Ich dachte wir spielen jetzt hier... Wir spielen... Alles klar. Kenn ich nicht, muss mir erklären. Wir spielen Let's Fats with the Fetties hier mit unseren beiden dicken Karren. Ich wollte ihn mehr testen, das ist jetzt der Murk. Ich bin hier der neue Captain Jack Sparrow, mit meinem Piratenhut. Oh ja? Aye aye Capitano. Wir spielen gegen Kay und Grobian, du bist vorne. Okay. Hast du? Okay, pass auf, der kommt zu mir. Pass auf. Oh, da kann man auch noch ran. Der kommt perfekt in die Mitte. Moin! Nein, Sascha! Was? Achso, du hast den gar nicht berührt. Das war ein guter Schuss von ihm. Ja, muss man anerkennen. Meiner. Okay. Nein! Nein! Pfff, voll verschätzt. Nein! Oh, den hat Kay aber schön gerettet, ey. Uiuiui. Leuch. What the fuck? Moment, wo ist der Ball? So. Der war frech. Der war richtig frech. Der hat Fame mich abgedrängt. Hast du's gesehen? Ja. Den hätte ich sonst noch gehabt, aber... Äh, ne, Grobian hat mich abgedrängt. Haben sie gut gemacht. Frech. Okay, Sascha. Jo, ich geh. So, ich hab Kay ein bisschen abgedrängt. Ja. Ja! Wunderschön. Easy. Meiner? Nein, meiner. Okay. Oh, Leute, den hab ich mal überhaupt nicht getroffen, glaub ich. Nice. Oh, den hat Kay gut gespielt. Den hast du super gespielt. Hast du, hast du, hast du? Nein. Ja, ey, ich war mir nicht sicher, ob die kommen oder nicht oder doch. Oh, shit. Der war hart assig. Der war hart assig. Doch, das kann ich auch, ey. Und ich hab Kay umgehauen. Nice. Ah, Grobian, du Penner. Da hab ich ein bisschen dran vorbeigesprungen. Fuck. Geiss. Ah, da wollten wir Kay... Sascha! ...ordentlich einen mitgeben. Pff. Nein! Ich hab ihn nicht ordentlich getroffen. Sorry. Mein Ding. My fault. Er kommt in die Mitte. Oh. Äh, ja, ich dreh mich gerade so ein wenig. Nice. Nein! Nein! Sascha, ich hab keinen Boost. Ich hab absolut keinen Boost. Den macht er nicht. Oh, jetzt noch mal den Boost hier. LOL! Wie konnte ich denn an dem jetzt... Nein! Geh! Genau, das gleiche wie du auch voll vorbei. Nein! Der hat endlich getroffen. Haut er mich weg hier. Mit dem 100er Boost, das ist... What the fuck? Wie hab ich den Ball denn jetzt getroffen? Pff. Sascha! Ja! In den Rücken darfst du mir dafür nicht spielen. Oh! 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 Shit! Äh, ja, Ball. Kommst du mal runter? Nice! Nein, da hab ich ihn nicht mit der Schnauze getroffen. Dann mit dem Dach. Sag mal, hörst du jetzt mal auf mit deinem komischen Luft eingeatmen? Das hält mir nicht mal selber auf. Oh, oh, Sascha! Fick dich. Ich hab ihn weg! Ich hab ihn gerettet! Nein! Nein! Ich hab nicht gewonnen, dass sich Retoffe erspielt. Ich auch! Hab ich. Okay. Leut. Oh, ich merk grad, wir liegen ja hinten. Ich bin viel zu laut. Guck. Kannst die Tür zumachen. Fuck. Da wird der Grobian ein bisschen umhergekickt. Was? Ich hab den Grobian grad ein bisschen umhergeschopst. Oh, shit. Houston, now I have a fucking big problem. Fuck. Neee. Oh, da war ich noch dran, aber ich hatte ihn nicht. Ja, den hättest du vielleicht frontaler treffen sollen. Ja, mit Boost. Deiner, deiner. Leut. Nein. Da setzte plötzlich der Boost ein. Was tut du denn da grad? Okay, was mach ich da? Oh, lol! Fuck. Geiles Tor. Das war echt gut. Das war zu gut. Jo, da bekommen wir ein bisschen aufs Maul. Deiner. Meiner. Ich hab noch zu lange, um runterzukommen. Ich hab keinen Boost! Nein! Oh, schade. Strike Vector X Antenne. Jawohl. Oh, je, 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 je. Puh. Noch eins? Oder war das schon der zweite? Nee, das war das erste. Dann, go for it. Ich such ja schon, Mensch. Oh, Annie. Dann nicht jetzt. Was brennt sie rum? Gegen Mike Bane und oh, oh, Holzkopf. Oh, oh. Meiner? Ja. Schade. Ich hab schon wieder Luft eingezogen. Das hab ich jetzt mal aber gemerkt. Sehr gut. Lol. Deiner. Ja, mit so einem hab ich nicht gerechnet. Lol. Ey, das geile Teufelshörner oder sowas. Was? Der in grün-blau hat irgendwie Teufelshörner oder sowas auf seinem... Stimmt. Oh, oh. Nol. Haut er mich weg. Kann ich aber auch. Ey, der kommt zu dir. Ja. Das war aber nicht so. Sascha, der kommt zu dir in die Mitte. Der kommt zu dir in die Mitte. Ja. Nee. Tade. Hätt ja klappen können. Durchaus. Hab ich vorne. Na, da war Holzkopf schneller. Nein. Oh, da war zu doll. Oh, wie prallt der anab. Nice. Die sind beide hinten. Ich hab den Ball nicht mal berührt. Der war richtig frech. Auf biegen und brechen. Du musst jetzt mal angucken. Zack, zack. Meiner? Deiner. 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 Ja. Sascha, Deiner. Fährst du jetzt mal bitte. Er ist aber Kontakt, schnauzei du. Hilf. Warum hast du eigentlich wieder die flache Karte genommen? Weiß ich nicht. Komm hier, wie besser mit Klapp. Find ich geiler. Okay. Erstmal den Ball ins eigene drinnen schießen. Nice, du bist alleine. Du bist alleine. Schön. Wunder, wunderschön. Heu. Sorry, 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 sorry. Spam nicht rum, Alter. Ich geb dir gleich mal sorry. Deiner. Meiner. Kein Problem. Deiner, Deiner, das ist das Tor. Oh, fang. Ja. Sicher. Sicher. Ich hau den Ball aber aus dem Tor wieder raus. Ich hab den Ball im Tor noch wieder berührt. Ja, ja, ich weiß. Meiner? Aber ich glaub, der wär sonst aus dem Tor tatsächlich wieder rausgeflogen, weil der vom Pfosten abgeprallt ist. Du hast ihn nochmal reingehauen. Ne, ne, ich stand hinter der Torlinie, als ich ihn berührt habe. Achso. Oh. Mein Boost. Oh shit, der war ein bisschen sehr doll. Gammelst du die ganze Zeit hinten rum, oder was? Ich hatte geguckt, weil ich dachte, die kontern sofort. Loll! Damit hab ich nicht gerechnet. Da haben wir uns gegenseitig wieder weggehauen. Nö, ich hab dich nicht berührt. Äh, ich geb auch gebrücken. Oh, oh. Weit, weit weg. Den Erfolg. Den Fortschritt. Schön, was ist das? Keine Ahnung. 100 von 500 hab ich da. Okay. Ich steh vorne. Blockade, 8 von 20. Oh shit, den hab ich verpasst. Oh, der wird fitten. Ja, der ist übel. Fuck. Keine Schneide. Nein. Nicht mehr. Deiner. Deiner. Alles klar, meiner. Ja. Oh fuck. Lol, da hab ich ihn aber geblockt. Da war Lucky. Oh nein, da hat er den noch berührt gekriegt. Jawohl. Wunder, wunderschön. Deiner. Alles klar. Wunder, wunderschön. Alles klar. Wunder, wunderschön. Schönes Ding. Wuhu. Easy. was machst du? Tore? Meiner? Ja. Ich bin deiner. So langsam sollten wir die Position mal drauf haben, Crashy. Ich kann aber nicht sehen, wo du stehst. Ist ja ein bisschen random auch. Das spielt sich schon in den gleichen Mustern ab. Ja gut, das ja. Ich habe dir die Bahn freigeräumt. Danke. Wer kommt zu dir? Oh nein. Nein. Deiner? Ich habe keinen Boost. Oh, okay. Dann nicht deiner. Das war jetzt aber ungünstig. Irgendwie nicht. Nice. Das war's. Noch mal angehauen. Just because I can. Gut. 1000 Punkte für den Sieg. Super Sieg und Tropfen auf den meisten Stein. Jawohl. Und Level 12 erreicht. Jawohl. Warum steigst du so schnell? Wie gesagt, ich habe ja schon zwei Spiele ohne nicht gemacht und ich kriege mehr EP pro Spiel. Ah ja, gut. Ich bin besser als so. Na gut. Hast du das mal gleich viele? Hä? Hast du das mal gleich viele EP? Weiß ich nicht. Egal, scheiße. Ja. Na gut, Leute. Ich danke vielmals, was ich wirst du gesehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.